Die Piraten kamen förmlich aus dem Nichts, eroberten ein Landesparlament nach dem anderen, stiegen in den Umfragen immer höher. Die neue Form von Demokratie im Zeitalter des Internets, die Erwartungen waren hoch. Das alles war im Frühjahr. Inzwischen sieht die Welt ein bisschen anders aus. Der Euphorie ist ein bisschen die Ernüchterung gewichen. War es das schon mit den Piraten? Sind sie mit ihrem Latein schon am Ende? Hat sich das so schnell erledigt? Darüber wollen wir sprechen heute Morgen hier eins zu eins. Das Thema soll heißen, willkommen in der Wirklichkeit, die Piraten im politischen Praxistest. Und das wollen wir mit einem Praktiker bereden. Herzlich willkommen, Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piraten hier im Düsseldorfer Landtag. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Schönen guten Tag, Herr Tromm. Herr Paul, ich habe ein paar Schlagzeilen der letzten Tage. Selbstentzauberung, Selbstzerstörungskurs, Kampf mit sich selber abgefahrene Truppe, alles aus deutschen Zeitungen. So etwas hat man auch schon über andere Parteien gelesen. Jetzt liest man es über Ihre Partei. Ärgert Sie das eigentlich? Das ist natürlich schon ärgerlich, weil es eigentlich von dem ablenkt, was wir wollen. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen im Landtag angetreten, um praktische Politik zu machen. Und unsere vielen guten Vorschläge, unsere ersten Arbeitsergebnisse gehen in diesen Wirbeln, in diesen Skandälchen. Eigentlich sind es ja nur Petitessen, gehen das ein bisschen unter. Das ist schade. Sie sind 2009 den Piraten beigetreten. Sie sind also, wenn man so will, noch relativ jung dabei. Jetzt sitzen Sie seit einem knappen halben Jahr im Parlament hier in Düsseldorf. Fühlen Sie sich eigentlich schon als ein Berufspolitiker? Fühlen Sie sich auf Augenhöhe mit den anderen Fraktionen und Politikern im Parlament? Oder fühlen Sie sich noch als ein Sonderling? Ich hoffe, dass ich mich nie als ein Berufspolitiker fühlen werde. Um den großen Helmut Schmidt mal zu zitieren, er hat gesagt, er ist kein Politiker, sondern ein Mensch, der politisch aktiv ist. Also Politik als Beruf? Nein, ich bin mit einem Beruf ins Parlament gekommen und will den eigentlich auch behalten, um dort meine Expertise einzubringen. Auf der anderen Seite Ihre zweite Frage zum Thema Augenhöhe. Ja, wir füllen uns auf Augenhöhe mit den anderen Fraktionen im Landtag. Ich hatte die letzte Woche Gelegenheit, an mehreren Anhörungen teilzunehmen. Wir hatten einen Krankheitsfall, ich musste jemanden vertreten und habe also meine Fraktionskollegen erlebt, wie sie doch sehr dezidierte, scharfe und pointierte Fragen gestellt haben, die durchaus die Achtung der anderen Fraktionen verdienen. Das wird auch gezeigt. Und wir hatten gerade am Freitag einen etwas größeren Erfolg. Wir haben in einem Ausschuss, im Europaausschuss, den Vorsitz, das macht der Kollege Nico Kern. Und wir haben dort eine Subsidiaritätsrüge beantragt, bezogen auf die Bankenautonomie, um nämlich alles nach Brüssel zu delegieren und dort zu zentralisieren. Einer etwas weicheren Form dieses Antrags hat die Unionsfraktion zugestimmt. Erste politische Erfolge nach einigen Monaten im Parlament. Wir ziehen mal die Sommerpause ab. Das ging ja sehr gemächlich los hier in Nordrhein-Westfalen nach der Wahl. Ich weiß nicht, ob man den Aufbau einer Fraktion, da gibt es ja keinen Ausbildungsplan und keinen Lehrberuf für, ob man den als gemächlich bezeichnen kann. Die meisten von uns haben maximal zwei Arbeitswochen, also zehn Tage Auszeit genommen. Wir waren nur einen einzigen Tag an der Fraktion nicht beschlussfähig. Wir waren immer über zehn und wir haben die Sommerpause genutzt, um das zu tun, was eine junge Fraktion tun sollte, nämlich ihren Mitarbeiterstab genau auszusuchen und aufzubauen. Wir hatten über 1300 Bewerbungen zu sichten und dort gute Auswahlen zu treffen und wie die Arbeit jetzt zeigt, sind die Auswahlen sehr gut gewesen. Also würden Sie sagen, Sie sind in der Praxis angekommen? Wir sind in der Praxis angekommen. Wir haben fünf Arbeitskreise in der Fraktion, die nach Themengruppen zusammengesetzt sind. Beispielsweise sind Kulturmedien und die beiden Ausschüsse, die sich mit Bildung beschäftigen, also der Hochschulausschuss und der Schulausschuss, da bilden die Abgeordneten, die dort sitzen, eine Arbeitsgruppe zusammen mit den Referenten. Und was dort an kreativem Potenzial für Anträge auf dem Tisch liegt, das ist schon gewaltig. Also mein Lieblingsarbeitstag ist der Montag, wo wir in den Arbeitskreisen wirklich kleinteilige Politik machen. Was hat Sie denn als Parlamentsneuling am meisten überrascht? Überrascht hat mich die doch hohe Akzeptanz, mit der wir aufgenommen worden sind. Das muss man wirklich sagen. Die Verwaltung des Landtags hat uns wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Es hat einen Tag gedauert, da hatten wir schon einen Arbeitsraum mit 25 Stühlen und fünf PCs. Und sukzessive ging dann auch sehr schnell der Umzug. Es hat mit der Umbesetzung des Parlaments natürlich einige Umzüge gegeben, bei der Union etwas weniger. Bei der FDP sind ein paar dazugekommen, die Linken sind ganz raus. Ging dann relativ schnell vonstatten und wir hatten eine sehr professionelle Unterstützung durch die Landtagsverwaltung. Und große Neugier bei den anderen Parlamentariern, wenn es darum geht, das erst mal sich beschnuppern, das beriechen. Am Geburtstag von Hannelore Kraft war die spätere Ministerpräsidentin bei uns in der Fraktionssitzung. Wir hatten sie eingeladen, weil es ja die Option gab, quasi sie als Person, als Ministerpräsidentin mitzuwählen. Und das Spannende war, man konnte sogar bei ihr im ersten Moment die Berührungsangst und diese Unsicherheit spüren. Wir waren im Livestream in der Fraktionssitzung. Wir mussten ihr das dann auch sagen. Die Piratenfraktion ist nicht abgesprochen, geschlossen, aufgestanden, hat Happy Birthday gesungen. Und dann sagte sie, und nun kommt das Grillen, was man von unseren Parteitagen so kennt, wenn Kandidaten auf Herz und Nieren geprüft werden. Sie hat uns dann in einer halben Stunde Rede und Antwort gestanden und ist dann in die Pressekonferenz, um den Koalitionsvertrag vorzustellen. Es klingt so, als hätte Ihnen das durchaus Freude bereitet, was Sie da in den letzten Monaten erlebt haben. Also man ist einfach näher dran an den Entscheidungsprozessen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Wir sind ja angetreten mit dem Anspruch, die Bürgerinnen und Bürger auch näher an die Entscheidungsprozesse ranzuholen. Da müssen wir noch optimieren. Da ist wirklich noch Arbeit zu leisten. Aber in den Arbeitskreisen ist es mittlerweile so, dass die entsprechenden thematischen Arbeitskreise der Partei mit uns so verschraubt sind, dass die im Prinzip dabei sein können. Und das ist ein stetiges Geben und Nehmen, was die Ideen für politische Anträge angeht. Professionalität, das Stichwort viel vorhin mit Blick auf die Landtagsverwaltung. Wie wichtig ist es, dass man, wenn man gut politisch arbeiten will, professionell arbeitet? Also professionell ist vielleicht nicht so ganz passendes Wort, weil das Gegenteil von professionell nimmt ja niemand für sich in Anspruch. Ich würde eher sagen, effizient und effektiv. In dem Sinne, dass man effizient etwas arbeitet in einem bestimmten Zeitfenster, was dann eben effektiv im Parlament umgesetzt werden kann. Also das ist schon unser Beschreben. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Bei manchen Piraten, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch bundesweit, beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, da ist jemand, der möchte auf keinen Fall als Konformist wahrgenommen werden. Er möchte eher Außenseiter bleiben, vielleicht auch ein bisschen Exot. Gut, Angst vor Anpassung, gibt es sowas in Ihren Reihen? Ich glaube schon, aber man sollte das nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Denn zwischen Konformismus und Außenseitertum gibt es noch jede Menge Grauabstufungen und auch jede Menge eigenständige Ideen, die innerhalb der Partei geboren werden. Denken Sie an die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Die können wir auf unser Konto schreiben, die haben wir ausgelöst. Im Koalitionsvertrag, der 189 Seiten hat, kommt 50 Mal das Wort Transparenz vor. Man versucht uns jetzt also, was die Themen angeht, ein Stück zu umarmen von der etablierten Politik. Und wir schauen sehr genau hin, was davon umgesetzt wird. Wir sind nach wie vor die Partei, die die Definitionslast hat, zu sagen, was Transparenz eigentlich bedeutet. Die anderen schreiben den Begriff in ihren Koalitionsvertrag. Kommen wir gleich noch zu dem Begriff Transparenz. Ich hatte vorhin eingangs erwähnt, im Frühjahr waren die Piraten auf einer Erfolgswelle. Die droht mittlerweile ein bisschen abzuebben. Ein Lackmustest könnte die nächste Landtagswahl sein. Das ist die Wahl in Niedersachsen. Bevor wir nach NRW gucken, einmal kurz deswegen nach Hannover. Dort gibt es auch, das ist nicht alles widerspruchsfrei und auch nicht frei von Problemen, was ihre Parteifreunde dort abliefern. Wie wichtig ist es, diesen Trend jetzt fortzusetzen und auch in das fünfte Landesparlament einzuziehen oder möglicherweise hier schon ausgebremst zu werden? Also ich würde für den Fall, dass das nicht gelingen sollte in Niedersachsen, was ich uns nicht glaube. Der Lackmustest wird uns der Bundesparteitag Ende November sein, wo bundespolitisch noch ein paar Meilensteine und Leitplanken eingezogen werden durch eine ganze Menge Programmanträge. Selbst wenn das nicht gelingen sollte, wird es ein Rückschlag sein. Da muss man auch am Anfang mit rechnen. In Mürn ist jetzt genau das eingetreten, was ich im November letzten Jahres, da stand ja noch gar nicht fest, dass gewählt wird, was ich schon vorher gesagt habe in einem Blogbeitrag, wenn es gelingt, bei der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in den Landtag einzuziehen, wir sind ja gleich mit 20 Leuten eingezogen, dann ist das zunächst mal ein Schock für die etablierte Politik und ab da werden wir Gegenwind kriegen. Und genau das ist passiert. Ein bisschen ärgerlich ist es, dass wir den einen oder anderen Grund quasi frei Haus liefern in Medien durch ein paar Dinge, die nicht so gut sind. Wenn wir das Thema mal konkret ansprechen, man muss ja auch mal andersrum die Frage stellen, auch Medien machen Politik, sie sind ja sowas wie die vierte Gewalt im Staat, da braucht man sich keine Illusionen machen. Wie kommt es, dass eine junge Autorin einen Vorschuss für ein Buch bekommt, was noch nicht viel Lebenserfahrung erhalten kann, weil sie ja noch jung ist, von 100.000 Euro, liegt da nicht ein politisches Interesse dahinter. Das heißt, das zunächst mal Aufblasen der Partei und dann zum richtigen Zeitpunkt zu versuchen, uns die Luft rauszulassen. Aber ich bin der Meinung, das wird nicht gelingen. Sprechen wir über die Piraten hier in Nordrhein-Westfalen. Haben Sie Angst, dass es Ihnen geht wie den Linken? Die sind auch eingezogen, waren dann zwei Jahre im Parlament, sicherlich auch ein Protestwahlphänomen damals gewesen und sind dann auch relativ klanglos wieder ausgeschieden. Überhaupt nicht. Wir haben nämlich einen völlig anderen Ansatz. Und das hat sich jetzt in den ersten Wochen der Parlamentsarbeit schon gezeigt. Wir wollen keine Blockierer sein. Wir haben für den Haushalt konkrete Änderungsanträge vorgelegt, eine ganze Reihe an Neuinvestitionen, auch ein paar Einsparmöglichkeiten vorgelegt, erarbeitet in unserer Fraktion. Und wir machen die Zustimmung zum Haushalt natürlich davon abhängig, inwieweit die Landesregierung auf unsere Forderungen eingeht. Dabei kommt uns zu Pass, dass sowohl die Frau Gödecke, die Präsidentin des Landtags, als auch Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in ihren Erklärungen gesagt haben, dass sie dieses Miteinander, was aus den zwei Jahren Minderheitenregierung, zu dem wir natürlich nicht über Erfahrung verfügen, hinübernehmen wollen in die jetzige Legislatur, die von der rot-grünen Mehrheit bestimmt ist. Und wir werden da die Frau Ministerpräsidentin beim Wort nehmen und konstruktive Vorschläge machen. Zu Beginn wurde ja oft aus Ihren Reihen kokettiert, wenn Journalisten Fragen gestellt haben, da haben wir noch keine Antwort drauf. Das wissen wir noch nicht. Da müssen wir uns erst eine Meinung bilden. Wie lange kann man sowas durchhalten? Das hängt von der Art der Fragestellung ab. Die Piraten denken, glaube ich, was weiter und was langfristiger. Man kann jetzt, was wir erlebt haben im letzten Jahrhundert, war ja das Scheitern des Modells, dass der Staat alles regelt. Das haben wir im Ostblock eindrucksvoll erlebt, wie das gescheitert ist. Und wir haben jetzt seit 2008 regelmäßig alle zwei Jahre eine Krise, eine Finanz- oder eine Wirtschaftskrise. Und die zeigt, dass der Markt regelt alles als Modell auch nicht funktioniert. Und um jetzt neue Modelle der politischen Entscheidungsfindung und des gemeinsamen Miteinanderlebens in einem Staat oder in einer Völkergemeinschaft zu entwickeln, die sich jenseits dieses Modells, der Staat regelt alles und der Markt regelt alles, befinden, das braucht Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen Rade brechen. Aber die Partei ist sehr weit in ihrer Positionsentwicklung, beispielsweise im Bereich Europa, um mal die Bundestagswahl anzusprechen. Da wird man sich natürlich zu Europa äußern können müssen, wenn man in den Bundestag einziehen will. Wir sagen, Europa steht auf zwei Beinen, also der Tisch steht auf zwei Beinen und es fehlt das dritte Bein. Das ist die Bürgerverfassung. Piraten sind, auch aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich aus einer internationalen Bewegung kommen, erklärte Europäer. Es muss aber ein Europäer der Bürger sein und nicht nur ein Europa der Bürger, nicht nur ein Europa der Märkte und der Regierungen. Jetzt kommen wir vom ganz großen Ganzen, aber noch mal auf Nordrhein-Westfalen gewendet. Welche politischen Vorstellungen werden Sie in den kommenden, verbleibenden viereinhalb Jahren hier in den Vordergrund stellen? Was wird Piratenpolitik für Nordrhein-Westfalen sein? Also Piratenpolitik für Nordrhein-Westfalen, das heißt, dass wir ein genaues Auge auf die Bildungspolitik werfen werden, sowohl im Schul- als auch im Hochschulbereich, auch Forschungspolitik. Dass wir dort sehr genau hinschauen werden und konstruktive Vorschläge erarbeiten werden, die in die Ausschussarbeit und ins Plenum einbringen werden. Das heißt auch Open Government, also Transparenz. Wir haben gerade jetzt einen Antrag gestellt, dort eine Gruppe aus fünf Leuten direkt bei der Ministerpräsidentin anzusiedeln, die sich um die Umsetzung dieses Konzeptes Open Government kümmern soll. Im Übrigen haben wir den Haushalt des Landes, den 2012er Haushalt, transparent gemacht. Den kann man auf der Webseite in Blockgröße, da sieht man so die Etats quasi grafisch nebeneinander, sehr anschaulich, kann man dort nachschlagen und draufklicken und kommt dann immer tiefer in die einzelnen Haushaltstitel rein. Das sind für uns Ansätze, die eine Rolle spielen. Wir wollen im öffentlichen Personennahverkehr, weil Mobilität für uns ein Grundrecht ist, was damit zusammenhängt, dass wir ja sagen, Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Wir wollen den ÖPNV ausbauen. Wir haben gerade jetzt einen Antrag für die Einholung eines Gutachtens in Arbeit, wo es darum gehen wird, die Möglichkeiten des ticketlosen, des fahrscheinlosen ÖPNVs ein wenig zu beleuchten. Und wir werden uns natürlich, was in Nordrhein-Westfalen ganz wichtig ist und weswegen dieses Land auch so schwierig ist, es gibt eine sehr komplizierte Struktur der Verschränkung zwischen Kommunen, Landschaftsverbänden und Land. Wir wollen uns sehr stark um die Kommunen kümmern. Deswegen haben wir jetzt schon eingereicht, einen Antrag zur Erhöhung der Verbundquote um 1%. Das ist der größte Posten in unseren Haushaltsänderungen für 2012. Sie haben gestern ja auch einen Aufschlag gemacht. 495 Millionen Euro, wollen Sie mehr ausgeben? Das ist ja für eine kleine Fraktion schon mal ein Wort. Wo soll das Geld herkommen? Wie wollen Sie das finanzieren? Kleinen Moment. Man muss dabei, oder man darf dabei nicht vergessen, dass ja eigentlich, da haben wir die Landesregierung auch deutlich kritisiert, der Haushalt viel zu spät eingereicht worden ist. Und wir haben jetzt 10 Zwölftel des Jahres schon rum. Also viel ändern kann man da nicht mehr. Norbert Walter-Borjans rechnet aber mit Steuermehreinnahmen von 600 Millionen Euro, sodass unsere Mehrausgaben von 474 sind es, glaube ich, natürlich gedeckt sind. Der Landesfinanzminister. Ja, der Landesfinanzminister, genau. Es gibt auch Einsparvorschläge. In dem Zusammenhang vielleicht eine Kritik an unsere beiden Partner in der Opposition, die Union und die FDP. Da wird dann immer von Spahn geredet. Spahn ist eigentlich das falsche Wort, das müsste heißen, kürzen. Und wenn man die dann konkret fragt, wo, kommt da auch nichts. Wir sagen, nach vorne schauen, investieren in Bildung, in Open Government, vor allen Dingen in die Kommunen, dass doch die politische Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Und vor dem Hintergrund der Erwartung von 600 Millionen Euro Steuermehreinnahmen haben wir uns eben auf diese Vorschläge geeinigt. Das heißt, den Konsolidierungskurs, den andere Parteien befürworten, Schuldenbremse 2020, das sehen Sie kritisch? Das sehen wir sehr kritisch. Die Frage wird auch sein, inwieweit immer mehr der anderen Parteien irgendwann umschwenken. Denn man sieht in Griechenland, von Spahn kann da nicht mehr die Rede sein. Da geht es um Kaputtkürzen. Und das wollen wir natürlich hier nicht in Deutschland. Auf keinen Fall. Von daher, eine Investition in Bildung ist eine langfristige Investition, wo wir heute noch nicht genau abschätzen können, was unterm Strich rauskommt. Aber wir versuchen gerade durch effiziente Investitionen, beispielsweise im Bereich Digitalmedien, 500.000 Euro ist jetzt bezogen auf den Landeshaushalt kein so großer Beitrag, dort eine Mehrinvestition zu leisten, die ein mehrfaches an Effekt haben wird. Also mit relativ gezielten, punktuellen Investitionen, aber fern von der Idee von irgendwelchen Leuchtturmprojekten, Marksteine zu setzen in der Politik, die letztlich den, wenn Sie sich unseren Vorschlägen anschließen, den Regierungsparteien auch zugutekommen werden. Aber ich denke mal an Ihre Wähler. Das sind ja oft auch Erstwähler, Jungwähler gewesen. Die erwarten doch auch eine nachhaltige Politik von Ihrer Partei. Gerade auch mit Blick auf die Schuldenhaushalte, die sich allen Teilen und überall auftun. Die erwarten eine nachhaltige Politik. Wenn ich kurz Resümee über den Wahlkampf ziehen darf. Erst hieß es, wir haben kein Programm. Zwei Wochen später hieß es, wir haben das teuerste Programm aller Zeiten. Die Punkte, die im Programm drinstehen, sind für uns im Prinzip Richtungsvorgaben. Und wenn die Landesregierung sich entschließen könnte, in die eine oder andere Richtung, die von unserem Programm quasi gedeckt wird, nicht vom Volumen her, aber einen Schritt in diese Richtung zu machen, was Investitionen angeht, dann sind wir dabei. Und ich glaube, dass unsere Wählerinnen und Wähler das verstehen. Es geht ja letztlich um das Finden von politischen Mehrheiten. Das kann man nur mit den Mitbewerbern zusammen. Nun hat die Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen auch schon ihre kleinen Skandalchen und Affärchen hinter sich. Ich denke an den Parteigeschäftsführer, der entlassen wurde. Die genauen Umstände sind immer noch nicht so richtig klar. Es hat wohl aber auch was mit der Frage zu tun, wie hält man es in der Partei mit Rechten und mit Extremisten. Eine ihrer Landtagskolleginnen hat intime Details getwittert. Nein, sie hat die intime Details, wenn ich da einhaken darf, sie hat die intime Details lange vor dem Wahlkampf getwittert, aber da auch Medien über Datenbanken verfügen, hat man das rausgekramt und zum passenden Zeitpunkt auf den Tisch gelegt. Okay, haben wir das richtig gestellt. Ein anderer hat im Landtag auch mal eben um Passant möglicherweise die Sparkassenpleite gehen lassen wollen. Also das waren Dinge, bei denen die Leute aufgehorcht haben. Aber sie wollen ja wahrscheinlich nicht auf diese Wahrnehmung beschränkt werden. Nein, das sind aber, um es mal zu summieren, ich würde sagen Professionalisierungsschmerzen. Wir sind alle Menschen und wenn man politisch laufen lernt, kann es auch schon mal passieren, dass ein Stein im Weg liegt und man darüber stolpert. Unser politischer Geschäftsführer hier im Land ist so ein Fall gewesen. Es ist eigentlich tragisch, was dort passiert ist. Die Partei hat sich aber in puncto Datenschutz sehr strenge Regeln gegeben und der Vorstand konnte nicht anders handeln. Also von daher sind es Dinge, die ich abhaken würde für die nächste Zeit und der Lernprozess. Und da werden auch noch weitere Fehler passieren. Offensichtlich sind aber auch etablierte Parteien noch lernbedürftig, sonst wäre bei der CSU nicht gerade ein Pressesprecher zurückgetreten. Sind Sie ein Haufen von Individualisten oder sind das Teamspieler in Ihrer Fraktion? Wir sind beides. Also man muss auf der einen Seite als Individuum eine gewisse Farbe haben, eine gewisse Zielsetzung haben, um ein politisches Profil zu haben, zu sagen, dieser Kopf steht für die und die Ideen, die in der Partei geboren wurden. Auf der anderen Seite muss aber auch klar sein, dass diese Individuen nur gemeinsam stehen können. Getrennt wird man fallen. Also Teamplay ist bei uns ganz, ganz wichtig und sehr, sehr groß geschrieben. Das tut aber manchmal auch weh, wenn man sich selber zurücknehmen muss, um Kompromisse oder Konsense einzugehen, die einem Kompromisse vor allen Dingen, die im ersten Moment einem vielleicht nicht so schmecken, aber das gemeinsame Ergebnis rechtfertigt dann, dass man sich ein Stück zurücknimmt. Da wollte ich noch drauf kommen. Sie sind mit 20 Leuten ja nun keine ganz kleine Fraktion. Das ist ja schon ein durchaus großer Laden. Sie haben es ja eingangs auch beschrieben mit allem, was noch dazugehört. Das geht ja auch nicht ohne ein gewisses Grundgerüst, ohne eine gewisse Struktur, vielleicht auch ohne eine gewisse Autorität in den eigenen Reihen. Wie funktioniert das denn bei Ihnen? Also Autorität ist an der Stelle vielleicht, ja, das Wort passt schon, aber wir haben einen fünfköpfigen Vorstand, der montags Vorstandssitzungen macht. Dienstag ist dann die Fraktionssitzung. Das heißt, die Fraktionssitzung wird vom Vorstand unter Hinzuziehung von Presseteam und Fraktionsgeschäftsführung vorbereitet. Dass diese auf die Fraktion moderierend einwirkt und versucht, ich sag mal, extremere Meinungsunterschiede ein klein wenig auszugleichen. Interessant ist in dem Zusammenhang, der Vorstand ist ja ein gewählter Vorstand. Das heißt, offensichtlich waren sich die 20 bewusst, dass es notwendig ist, einen moderierend einwirkenden Vorstand zu haben und keine Extrempositionen im Vorstand vertreten zu müssen. Das funktioniert bis jetzt sehr, sehr gut, aber Politik lebt auch von Konflikten und diese Konflikte bergen auch eine Menge kreatives Potenzial. Das Entscheidende dabei ist immer, wenn zwei Meinungen aufeinanderpreschen, eine Position und eine Opposition, ob die eigentliche Lösung nicht jenseits dieses Gegensatzes liegt. Und wir halten uns in den Arbeitskreisen eben Wege offen, dort auch neue Lösungen erarbeiten zu können. Oft wird ja das Bild von Politik so vermittelt, als dass es dort darum geht, tatsächlich ein Für und Wider abzuwägen. Aber es gibt auch Lösungen, die liegen manchmal jenseits der klassischen Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Meinungen. Aber ich will jetzt mal den Spruch bemühen, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, hat der Außenminister mal zitiert. Doch, furchtbar. Aber Sie sind der Chef in der Fraktion. Sind Sie unbestritten der Chef? Ich bin bis jetzt unbestritten der Chef. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich das Gesicht der Fraktion nach außen bin, wenn es um Landespressekonferenzen geht, wenn es um solche schönen Formate geht wie das hier. Und ich habe im Wahlkampf wohl einen ganz guten Job hingelegt. Und das hat die Fraktion als Ganzes diskutiert. So gesehen bin ich der Chef. Aber wenn Sie mein Auftreten bei Fraktionssitzungen erleben, dann werden Sie feststellen, der Herr Paul nimmt sich immer sehr zurück und greift schon mal ein und versucht da zu moderieren. Hat auch schon mal eine eigene Meinung, wo er sagt, Leute, so geht es nicht, in die Richtung müssen wir gehen. Aber das wird alles konstruktiv diskutiert. Also Chef im eigentlichen Sinn. Hier geht es lang und ich stehe jetzt am Steuerrad und so. Wenn die anderen den Kurs nicht mittragen, den ich am Steuerrad einschlagen würde, dann würde sich der Fraktionsvorsitz auch nicht lohnen. Ich finde das eine sehr spannende Aufgabe. Lassen Sie uns einmal kurz auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr gucken. Wie wichtig ist es denn, dass die Piraten, nachdem sie nun in Landesparlamenten, ob es vier oder fünf sein werden, wird sich zeigen, vertreten sind, auch in den Bundestag einziehen? Oder sechs. In Bayern wird auch noch gewählt. Wahrscheinlich noch vor der Bundestagswahl. Und der Bund? Ist das der Schlüsselmoment? Der Bundestag ist natürlich der Schlüsselmoment. Das war er damals vor 25 Jahren schon bei den Grünen. Das wird so sein. Aber wenn das nicht gelingen sollte, was ich jetzt so nicht glaube, weil bis dahin ist noch lang hin, wird auch noch viel programmatische Arbeit geleistet. Es wird viele Ereignisse geben, über die in den Medien berichtet wird. Ich bin im Gegenteil froh, wenn es um dieses Kandelchen geht, dass die jetzt abgefrühstückt werden. Dann kann man sich wieder auf die Arbeit konzentrieren. Sie sprechen zum Beispiel den Bundesgeschäftsführer an, Herrn Pohnheim. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Eine unstrittene Figur, auch in den eigenen Raten. Man muss aber dazu sagen, der Bundesvorstand ist demokratisch gewählt worden und die müssen einfach klarkommen. Und ich sage es auch noch mal ausdrücklich, ich habe es gestern einer Radiokollegin von Ihnen gesagt, Herr Schlömer macht einen guten Job. Punkt. Das ist der Bundesvorsitzende. Richtig. Gleichwohl, diese Querelen bestimmen natürlich das Bild, auch bundesweit. Was können Sie denn als ein maßgeblicher Landespolitiker der Piraten tun, um da mal auf den Tisch zu hauen? Also auf den Tisch hauen ist das falsche Wort. Wir können nur dagegen halten, indem wir sagen, es gibt wesentlich vielleicht wichtigere Dinge für die Bürgerinnen und Bürger, unaufgeregtere Dinge als jetzt eine Sandale im Fernsehen, politische Inhalte und die immer wieder versuchen, in den Vordergrund zu stellen und versuchen, bei den Medien und bei den Bürgerinnen und Bürgern überzeugend zu landen mit unseren Ideen. Etwas anderes würde ich für unseriös halten. Man kann ja nicht einen Skandal dagegen halten. Oder auf den Tisch hauen in dem Sinne, das befeuert dann wieder im Grunde genommen waren es noch Petitessen. Also was da passiert ist, man muss auch dazu sagen, die gesamte Partei ist durch und durch ehrenamtlich organisiert. Die einzigen Piraten, die wirklich Geld verdienen mit dem politischen Geschäft, das sind die 45 in den vier Landtagsparlamenten. Da muss man dann sehen, dass die durch ihre gute Arbeit überzeugen. Ganz kurz zum Schluss. Am Anfang war der Reiz des Neuen. Was kommt, wenn der weg ist? Der Marathonlauf in die Politik hinein und die aktive Gestaltung. Okay. Joachim Paul, Vorsitzender der Piratenfraktion im Düsseldorfer Landtag. Herzlichen Dank. War heute Morgen bei uns. Ihnen noch einen angenehmen Tag. Viel Spaß im WDR Fernsehen. Tschüss. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017